Willkommen kurze Fan zum Club Airdrop. Wir sind hier auf der Webseite, springen aber direkt rüber zum Twitter und sehen hier, dass seit dem 16. März der kontinuierliche Airdrop live ist und es sind über 21.000 XKI Tokens schon als Rewards rausgegangen. Wenn wir hier auf den Medium Artikel gehen, können wir hier auch viel durchlesen. Das Interessante für uns ist, dass es 1.500 bestätigte Delegatoren gibt, die den Airdrop bekommen werden. Über 114.500 XKI Tokens sind auch schon rausgegangen, wie ihr den Airdrop bekommen könnt. Ist ganz einfach, ihr müsst einfach nur auf ihrem Validator hier staken und abwarten. Die Tokens müsst ihr auch nicht kleben, die werden automatisch in eurem Wallet dann sein. Heißt, wenn ihr in Zukunft von weiteren Airdrops hier profitieren wollt, einfach den Club Validator auswählen und das war es eigentlich hier unten. Seht ihr noch die Discord, Facebook, Twitter, GitHub, LinkedIn. Links, die werdet ihr euch alle in die Videobeschreibung packen. Wenn euch das coolste Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo, Like oder ein Kommentar da oder auch alles. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.